Das ist Familie Schneider. Ein großartiges Team. Genau wie das Team, mit dem sich Frau Schneider um die Wäsche kümmert. Frau Schneider, ihre AEG und das neue OMO. Das Vollwaschmittel mit TID Plus System. Für das Plus an Sauberkeit bei niedrigen Temperaturen. All die Sachen, die man nicht kochen kann. So herrlich sauber können sie werden. Mit OMO ist man alle sorgenlos. Bei allen Waschprogrammen. Das neue OMO. Getestet und empfohlen von allen führenden Waschmaschinenherstellern. Darum sind Sie, Ihre Maschine und OMO ein tolles Team für das Plus an Sauberkeit. Bei 60 und auch schon bei 40 Grad.